Schwarze Haarzunge Der Schreck kommt mit dem Blick in den Spiegel, die Zunge ist verfärbt und wirkt behaart. Mediziner sprechen dann von der sogenannten Lingua Villosa Negra, der schwarzen Haarzunge. Das Phänomen selbst ist zwar harmlos, doch aufgrund des Aussehens ziehen sich die Betroffenen meist zurück. Wir haben einen Experten gefragt, wie es dazu kommt. Auch wenn die Haarzunge eher unbekannt ist, tritt sie gar nicht zu selten auf, genaue Fallzahlen für Deutschland gibt es noch keine. Doch in der Fachliteratur wird das Auftreten weltweit zwischen 0,5 bis etwa 11% geschätzt, erklärt Dr. Christian Walte, Oberarzt an der Klinik und Polyklinik vom Mund, Kiefer- und Gesichtspirurgie der Universitätsmedizin Mainz. Warum sich die Oberfläche der Zunge plötzlich verändert, ist nicht abschließend geklärt. Mediziner vermuten, dass eine Störung des Immunsystems die Zunge aus dem Gleichgewicht bringt. Doch was genau passiert dabei im Mund? Es gibt zwei Theorien, die eine besagt, dass das Wachstum der Papillen, der Schleimhaut auf der Zunge, angeregt wird. Die andere geht von einer fehlenden Abschüppung der oberen Hornschicht der Zungenhaut aus. Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus beiden Theorien, vermutet Walter. Infolge werden die Papillen der Zunge, die im Normalfall etwa einen Millimeter groß sind, bis zu zwei Zentimeter lang. Und wie entsteht die Einfarbung der Zunge? Durch die auf den Papillen befindlichen Pigment bildenden Bakterien und weitere von außen zugeführte Pigmente werden die verlängerten Papillen eingefärbt, erklärt Walter. Auch der Hefepilz-Candida werde regelmäßig auf der Zungenoberfläche nachgewiesen. Seine Rolle bei der Zungenfärbung sei aber noch nicht abschließend geklärt. Nicht nur bei Krebspatienten wird die Veränderung des Zungenbildes immer wieder beobachtet. Auch exzessiver Kaffee oder Teegnis sowie eine schlechte Mundhygiene können die Gesundheit der Zungenpapillen stören. Mundtrockenheit und bestimmte Medikamente, etwa Antibiotika, sowie Mundspüllösungen können ebenfalls zur schwarzen Haarzunge führen, sagt der Mundexperte. Auch wer rauche, habe ein erhöhtes Risiko, zu erkranken. Generell seien Raucher häufiger betroffen als Nichtraucher. Neben der Schwarzförbung können auch weitere Farbnuancen auftreten, etwa braun, gelb, rot oder weiß. Schmerzhaft ist die Haarzunge nicht. Auch der Geschmackssinn und die Nahrungsaufnahme werden nicht beeinträchtigt. Dennoch berichten viele Patienten von einem pilzigen Gefühl auf der Zunge, wie Walter aus seinem Berufsalltag weiß. In der Regel bildet sich die Veränderung der Zungenoberfläche irgendwann von selbst wieder zurück. Doch das kann manchmal Jahre dauern. Da die Haarzunge an sich harmlos ist, ist eine Behandlung nicht zwingend notwendig. Allerdings sollten auslösende Faktoren vermieden und die Mundhygiene optimiert werden, erklärt der Experte. In manchen Fällen lasse sich ein Teil der Verfärbung mit einem Zungenschaber oder der Zahnbürste entfernen. E. I. J. R.